Einlass ist am Sonntag um 15 Uhr. Dann von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr macht das Warm-Up DJ Tonic von Bayern 3. Dann von 16.30 Uhr bis 17 Uhr die Anissa, The Voice Kids Gewinnerin von 2018. Und dann von 17.00 Uhr bis 19.30 Uhr spielt die Bayern 3 Band. Und im Anschluss von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr Vincent Weiss und dann von 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr noch einmal DJ Tonic. Und ab 22.00 Uhr gibt es das Abschlussfeuerwerk. Die Idee hinter dem Event war, wir haben einen Zusammenschluss von mehreren Firmen gemacht und wollen mit diesem Event die Eröffnung feiern von der My Event Group, wo das Gleis 13, die Firma Rhön Events, die Firma Eurozelt, Rix Event Technik und die Werbeagentur Event Zeichen zusammen die Eröffnung feiern. Mein Name ist Marcel Reichert. Ich bin einer der drei Geschäftsführer von der My Event Group. Badebetrieb ist noch bis 13.00 Uhr. Danach wird das Schwimmbad geräumt und ab 15.00 Uhr ist dann der ganz normale Einlass. Katten gibt es noch im Vorverkauf bis Samstagabend in allen Vorverkaufsstellen der VR Bank, im Trier-Mahre Bad Neustadt oder im Gleis 13.00 Uhr. Und bei Event Team ist es auch noch bis Samstagabend online geschaltet. Am Sonntag kann man noch ungefähr bis 18.00 Uhr Katten kaufen an der Abendkasse. Also die Vorbereitung, wie gesagt, läuft seit drei Monaten und es arbeiten täglich eigentlich acht bis zehn Leute dran, um das ganze Event überhaupt möglich zu machen. Und am Sonntag selber sind wir irgendwo zwischen 80 und 100 Leute Personal da. Von unserer Seite aus, das VRK ist mit 30 Leuten da und die Feuerwehr ist auch nochmal mit 30 Leuten da. Wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Hauptsponsor, die VR Bank Raiffeisenbank hier in Bad Neustadt, wo das ganze Event natürlich finanziell unterstützt. Ich lade hiermit alle recht herzlich zu unserem Event ein. Wir haben schon jahrelang hier in Bad Neustadt nicht so ein großes Event eben gehabt und wollen einfach mit diesem Zusammenschluss wieder neue Zeichen in Sachen Events hier in der Region setzen.